Ansteigende Bäder. Ansteigende Bäder ist ein Begriff aus der Balneologie. Balneologie ist die Wissenschaft über die Bäder. Balneologie ist ein Teil der Naturheilkunde. Balneologie ist auch ein Teil der Reha-Kuren, die es früher mal gegeben hat. Balneologie hat etwas zu tun mit Heilkunde mit Wasser. Der bekannteste Wasserdoktor war der Pfarrer Sebastian Kneipp. Und die Wassertherapie ist bis heute der bekannteste Bestandteil von Kneipps Gesundheitslehre. Bei Kneipp und anderen Experten der Balneologie wurden einige Formen der Bäder empfohlen. Es gibt das kalte Armbad, es gibt das kalte Fußbad, es gibt aber auch warme Bäder, wie zum Beispiel warmes Fußbad. Es gibt aber eben auch die aufsteigenden Bäder und die aufsteigende oder ansteigende Bäder. Und ansteigende Bäder heißt Temperaturansteigende Bäder. Man führt dort sehr intensiv Wärme zu. Zum Beispiel kann man das beim Fußbad machen. Wenn man Erkältung hat, dann wird man erst Sanftwasser, eine sanfte Temperatur haben und schrittweise wird man die Temperatur immer weiter ansteigen lassen. Man kann ansteigende Fußbäder machen, ansteigende Unterarmbäder. Man kann auch ansteigende Ganzkörperbäder machen. Ansteigende Bäder als Ganzkörperbad kann Fieber erzeugen, das heißt die Temperatur zu, die Temperatur erhöhen. Und das kann manchmal gewollt sein, es führt zum starken Schwitzen. Und es gibt manche Menschen, die schwören darauf, dass sie ihre Erkältung schnell loswerden, wenn sie ein ansteigendes Voll-Ganzkörperbad machen. Aber es gibt auch Kontraindikationen, zum Beispiel bei Herzproblemen ist das nicht unbedingt gut. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass ansteigendes Bäder für sie nicht gut ist, sondern im Gegenteil die Erkältung erst zum Ausbruch bringen kann. So sollte man sich bewusst sein, wie etwas wirkt. Bei Erkältung gilt ja allgemein, das was einem hilft, sollte man machen. Es gibt natürlich auch noch Wechselbäder, wo man 60 Sekunden heiß und 20 bis 30 Sekunden kalt badet. Zum Beispiel Wechselbäder für die Füße und Unterschenkel oder auch die Hände und Unterarme. Oder man kann auch nach einem heißen Bad kalt sich abduschen. So gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Aber das aufsteigende Bad ist insbesondere für bei Erkältung durchaus in Betracht zu ziehen. Und es gibt auch Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, die sagen, dass ansteigende Bäder ihnen helfen.